Ist das du? Ich bin ein Pruff! Jetzt weiß ich, was es ist. Gib mir deine Armbrust. Ich habe selbst geschrieben, meine Mutter, dieser Text. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch so gewünscht. Es kommt wieder Fortnite raus. Ich spiele Solo. In 50 gegen 50. Und zwar habe ich eine Challenge vorbereitet. Und zwar nur die Armbrust-Challenge. Ja, ich bin ein Pruff. Ich habe vorhin ja 50 gegen 50 gesagt. Ich mache meine natürliche Disco-Dominanz. Also, fangen wir mal an. Ich mache dann mal Pushto-Talk an, damit die anderen nicht nerven. Klappe, klappe, klappe. Ich habe mich dumm gestorben. Ich lande jetzt einfach irgendwo. Keine Ahnung. Ihr könnt mich nicht hören. Ich habe Pushto-Talk an. Okay, mal gucken, wo ich lande. Ich glaube, ich lande. Ja, ich lande nicht. Und das Wichtigste ist natürlich auch eine Armbrust. Armbrust, 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 Armbrust. Was seid ihr? Hallo. Ich bin Santi. Ach, sing. Ach, endlich finde ich eine Armbrust. Und wenn, dann kämpfe ich da einfach mit meiner Schwitzhack. Ah ja! So darf man mitnehmen? Also, ich darf halt eben nur die Armbrust benutzen. Und die Handgranate darf ich auch benutzen, weil das keine Schusswache ist. Oh, mit denen? Warum schießen die? Sag mal, sind die nicht benutzen oder so? Ach man, bitte, lieber Gott. Darf man diese Greifer eigentlich mitnehmen? Ja, das ist ja keine richtige Schusswache. Also, ich kann damit niemanden schaden. Oh, eine grüne Tech. Warum lässt niemand eine Armbrust hier? Oh man, ich hatte gerade die Hoffnung, dass es eine Armbrust ist. Nee. Ich habe selbst geschrieben, meine, was ist dieser Text? I need the weapons. I need the waffe. I need the waffe. I need the waffe. I need the waffe. Der checkt es nicht. Ja, los, bei mir. Ach so, ich muss jetzt auch langsam mal in die Zone. Na, no. He he. Double. Da! Eine Armbrust, keine Armbrust. Armbrust. Where are you? Don't find you. Where are you? Aber er will mir helfen, das ist nett. und mir einfach die ganze Zeit Waffen gibt. Langsam wird mir das blöd, ey. Sag mal, wollt ihr mich hier verarschen? Ohne, dass ich eine Armbrust gefunden habe. Gewinnen wir einfach. Hey, du! Hast du eine Waffe für mich? Hey, du! Eine Waffe für mich verarschen. Ich glaube, ich habe einfach so viel Munition, aber keine... Eine Armbrust! Juhu! Ich habe es geschafft! Ich habe eine Armbrust! Ja! Ihr wisst nicht, wie freudig ich gerade bin. Das ist noch eine Tor. Vielleicht ist noch eine. So! Wo seid ihr? Wien gerade, so dass ich mir Wasser habe. Ich weiß, ich habe nur eine Waffe. Aber das ist mir egal. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein, das war mein Kill! Ich habe ihn getötet! Deine Nackten-Power! Ich habe eine Armbrust und freue mich. Party, Party! Let's go! Party, Party! Let's go! Party, Party! Let's go! Party, Party! Let's go! Aberli Wackenfly, Aberli Wackentouchdiskalt. Das ist meine Tanzfläche. Ja, ja, ja. Genau, ganz alleine meine. Letztesche Oisch. Ich mache eine Tanzfläche für die Schweine. Und gleich kommt Discofieber. Ja. Und genau jetzt! Jetzt weiß ich, was es ist. Gib mir deine Ambrust. Ist das du? Nein! Man hat meine Tanzfläche eingenommen. Das reicht mir jetzt. Das ist meine Tanzfläche. Ja. So, die Challenge ist erfüllt. Eigentlich komplett leicht. Ich habe eine Ambrust gefunden. Und den Sieg mit meinem Team geholt. Und was will man eigentlich mehr? Abonniert und aktiviert die Glocke. Und seid ein Teil von Sunti-Doet-Set-Arm. Ja. 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 Ja.